So, schönen guten Tag. Herzlich willkommen heute in unserer 5-Minuten-Terrine die Synchronsprecherin und Dialogregisseurin Uschi Hugo. Hallo. Hallo Holger. Ich grüße dich. Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir haben ein paar Fragen an dich. Sehr gerne. Ich bin gespannt. Okay, und du hast gesagt, du hast dir noch einen Kaffee gemacht, du hast es dir jetzt gemütlich gemacht und ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wir haben so eine Standardfrage, die wir allen gerne stellen und zwar, kannst du dich an deinen allerersten Kinofilm erinnern? An meinen ersten Kinofilm? Ah, oh Gott. Kinofilm als Kind. Ich glaube ehrlich gesagt, nee, also als Kind, also so mit die früheste Erinnerung, die ich habe, aber das war glaube ich nicht die erste Rolle in einem Kinofilm, die ich hatte. Das war, wo ich mich aber noch gut an die Arbeit erinnere, das war V.I. Warshowski mit Kathleen Turner, wo ich ihre Tochter gesprochen habe. Ja. Das heißt glaube ich, ah nee, Quatsch. Nein, nicht das, sondern Staatsanwälte küsst man nicht mit Robert Redford und Kathleen Turner. Ja. Da war ich auch die Tochter. Das ist das erste, woran ich mich so erinnere, das war bei Andreas Pollack damals, der hat Regie gemacht. Ja. Als Kind, davor war ich irgendwie zu klein, da erinnere ich mich nicht mehr dran, was ich dafür, also keine großen Rollen in Kinofilmen, glaube ich. Ja, nee, du, die Frage war, ob du dich an den ersten Kinofilm erinnern kannst, als du klein warst, als du ins Kino gegangen bist. Erste Mal, reißt du das noch? Ach so. Ja, ja. Ach so, nicht, wo ich gesprochen habe. Nee, dazu kommen wir gleich noch. Dazu kommen wir gleich noch. Der erste Kinofilm im Kino, das wird wahrscheinlich auch nicht der erste gewesen sein. Ich weiß noch, also ich habe irgendwie ein paar von diesen Disney-Filmen gesehen und der erste, wo ich eine bleibende Erinnerung dran habe, war Karan und der Zauberkessel mit meiner großen Schwester Susanne, weil ich mich in dem Film fast zu Tode gefürchtet habe. Das hört man oft, ne? Das war ein Disney-Film, aber der war ganz schön gruselig mit so einem Teufel, der total gruselig war. Also das weiß ich noch. Da war ich im Marmorhaus, was es nicht mehr gibt, in Berlin und da hatte ich Angst. Ja, das höre ich immer wieder, dass man als Kind in irgendwelche Trickfilme gegangen ist, gerade auch von Disney und dass die dann völlig fassungslos schockiert und weinend aus dem Kino gekommen sind. Also scheinbar ist das nichts für Kinder. Naja, manche sind schon hart, obwohl ich ja damals auch schon in gruseligen Filmen gesprochen hatte und eigentlich schon auch ein bisschen hart gesotten war oder also das nicht meine erste gruselige Erfahrung war. Aber ich habe dann auch mit meinem Netten gemacht. Also der war in dem Muppets-Film und hat angefangen zu weinen, weil er vor den Puppen Angst hat. Das ist sehr unberechenbar, was Kindern Angst macht und was nicht, glaube ich. Ja, ich finde das auch faszinierend. Also wir haben mit unseren kleinen Töchtern Jurassic Park geguckt und ich fand das toll. Und haben aber bei King Kong, haben sie geweint, weil der Affe dann zum Schluss gestorben ist. Also ganz merkwürdig manchmal. Das fand ich als Kind auch traurig, weil der King Kong habe ich auch im Fernsehen gesehen und war traurig, dass der Affe stirbt. Ja. Sag mal, kannst du dich auch noch an deinen ersten Tag im Synchronstudio erinnern, wie das abgelaufen ist? Ne, erinnern nicht. Das kenne ich nur aus Erzählungen, das habe ich auch schon sehr oft erzählt, dass meine Schwester Dorette Synchron gemacht hat und meine Mutter hat sie dann oft noch zum Synchron hingefahren und ich bin halt mitgekommen, weil ich klein war. Und dann kam irgendwann mal ein Regisseur raus und hat gesagt, kann die auch noch was sagen? Und dann bin ich ins Studio gegangen und habe was gesagt. Ja. Und dann hat das angefangen. Ja. Kannst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt zum Synchron gekommen bist? Also das war jetzt einfach diese Geschichte, dass du mit dazugekommen bist und dann hat der Regisseur gesagt, mach mal was. Und dann warst du schon quasi drin und hast dann immer wieder Aufträge bekommen. War das so? Genau. Also es lief im Endeffekt über meine Schwester Dorette, weil die war mit Oliver Rohrbeck in einer Klasse. Dessen Mutter hatte ja so eine Agentur für Filmkinder und dann haben da alle angefangen zu synchronisieren. Und ich bin halt eben dann immer mal mitgefahren, wenn Mami Dorette da hingefahren hat. Und kleine Kinder werden immer gebraucht. Und dann habe ich mich dann ganz gut angestellt. Also ich habe mit sechs angefangen. Ja. Ich konnte da nichts drüber finden. Sag mal, bist du auch gelernte Schauspielerin? Nee. Okay. Nee. Das sind viele von denen. Also damals, wir waren so eine ganze Riege von Kindern, die angefangen haben oder auch eben halt damals ein bisschen älteren Kinder, die sind so reingewachsen. Und da ist beim Synchronen, man hat ja immer noch zusammen im Studio gestanden, da hat man sich das von den Erwachsenen abgeguckt. Ja. Also es haben dann vielleicht später noch, manche haben später eine Schauspielausbildung gemacht, weil sie halt auch manchmal drehen wollten oder so. Aber die meisten Kinder vom Synchronen, die sind da so reingewachsen. Und das war Learning by Doing. Und auch eine tolle Schule, weil man hat ja auch eine tolle Schule, weil man hat ja mit all den großen Schauspielern im Studio gestanden. Weißt du, ich habe meine ersten Rollen gesprochen, da stand Arnold Marquis neben mir und Rösgans Fölz und Karin Buchholz oder die ganzen großen Sprecher. Und dann hat man das halt gelernt von dem, wie man das macht. Und da hat es einmal passiert. Und so hat sich das ergeben. Bist du eigentlich auch ein Film-Fan? Ich frage deswegen, weil ich hatte letztens mal mit Martin Kessler gesprochen und der sagte, ich kann eigentlich mit Film gar nichts so anfangen. Der redet lieber reiten oder so. Na, ich finde das ganz erstaunlich, dass ich eigentlich den Eindruck habe, dass die wenigsten meiner Kollegen sich besonders für Filme interessieren. Also vielleicht bei den Jungschen wieder mehr über diese ganzen Streaming-Dienste und so. Aber von meinen Kollegen hatte ich also jetzt nie so groß den Eindruck. Und ich liebe Filme. Also ich bin jemand, ich gehe regelmäßig zum Kino, ich gucke ganz viele Filme und habe auch immer viel Serien geguckt. Also mittlerweile komme ich einfach nicht mehr nach, habe ich gemerkt, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Und auch jetzt finde ich mit den ganzen Streaming-Diensten. Also erstens habe ich nicht alle und ich weiß nicht mehr, wann ich diese ganzen Sachen gucken soll. Aber ich interessiere mich für Filme und ich finde es natürlich auch toll. Also auch wegen meiner Arbeit, weil ich immer das gut fand, wenn ich auch Schauspieler kannte oder wusste, was haben die schon gemacht oder wie funktionieren Filme. Das hat mir auch zum Beispiel bei meiner Regie geholfen, wo ich mal eine Serie gemacht habe, wo wir immer nur Folge für Folge aufgenommen haben und dadurch wussten, wie es weitergeht. Ich finde, dass wenn du viele Serien und Filme geguckt hast, du dir ja oft denken kannst, okay, der kommt da schon vor, da muss man eine Geschichte drum geben oder bei bestimmten Sachen schon Vermutungen hast, weil du viele andere Sachen gesehen hast. Also ich finde Film toll. Ja. Und wie sieht ein perfekter Tag im Leben von Ushihugo aus? Was machst du gerne? Ein perfekter Tag. Ja, wie würde der wohl aussehen? Ich bin im Garten aufwache, draußen ein Kaffee, die Flügel zwitschern und heute habe ich schon Rasen gemäht, das mache ich jetzt nicht so gerne, aber ich kram irgendwas in meinem Garten rum. Später gehe ich noch schwimmen, abends bin ich mit einem Freund verabredet. Das mache ich eigentlich am liebsten. Okay. Ich bin am liebsten draußen, es ist schönes Wetter. Okay, du hast einen grünen Daumen scheinbar. Total, total, ich liebe das. Schön. Jetzt habe ich gerade gefragt, ob du Filmfan bist. Bevorzugst du irgendein spezielles Genre oder bist du offen für alles und sagst, ich gucke mir auch Horrorfilme an oder Schmonzetten oder so? Oder gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Also was ich am wenigsten mag, sind diese ganzen Marvel-Geschichten, also diese Superhelden-Sachen. Also am Anfang habe ich Spion, die alten Batman-Filme, also gerade die, ach Gott, mir fällt immer keine Namen an, von dem tollen, der auch Edward mit den Scherenhänden gemacht hat. Von Edward, Tim Burton. Genau, der Tim Burton. Und genau, und die von Edith Fincher, die Batman-Filme fand ich auch gut. Aber sonst so Superhelden ist nicht so meins. Ich gucke an, geprüftige Sachen. Also ich bin da auch, ich habe ein paar Kumpels und wir gehen immer schön auf Fantasy-Film fest. Und man hat mich auch ein bisschen verstört, was für krasse Filme ich mir angucken kann. Ich liebe auch Psychopathen, ich gucke mir gerne so ein bisschen an. Krimis, ja, also am wenigsten muss ich sagen, mag ich so Superhelden-Filme. Das interessiert mich am wenigsten. Science-Fixen, die Alien, das sind meine absoluten Lieblingsfilme, die alten. Sowas mag ich schon gerne. Ja, ich habe ja damals mit meiner Frau zusammen, wir haben ja Dexter gesuchtet. Wie war das für dich, als die Julie Benz dann ermordet wurde? Kam das für dich auch so überraschend? Oder hast du vielleicht sogar Regie, Dialogregie bei der Serie geführt? Oder wie hast du das empfunden? Ich fand die Serie total super. Dexter fand ich halt großartig, weil da bin ich zum Strobesprechen gegangen und ich hatte die Bücher gelesen, nach denen das gemacht ist. Ja. Wobei ich allerdings zu sagen muss, dass die Serie da deutlich geiler ist als die Bücher. Und ich fand es total super. Da halt, wir durften auch noch, ich konnte da immer noch die Folgen kriegen, um die vorher anzugucken. Jetzt mittlerweile ist das ja gar nicht mehr möglich, weil immer Geheimhaltung und was weiß ich was. Ich habe damals jede Folge Texte gesehen, ich fand es fantastisch. Ja. Und ich muss aber sagen, also, dass meine stirbt, hat mir eine Freundin gespoilert. Kanada das schon gesehen hatte und meinte, ach, das ist ja blöd, dass sie stirbt. Und ich so, was? Und dann hast du sie entfreundet, was? Da war ich ziemlich gebrustet, aber ich finde, sie stirbt spektakulär. Ich bin ja auch in der besten Staffel, weil der Trinity-Killer ist einfach, das fand ich, die beste Staffel. Ja. Und ihr Tod ist spektakulär. Und ich muss auch sagen, dass Rita sich dann irgendwann ein bisschen gemerkt hat. Sie war eigentlich mit die langweiligste Figur, weil sie immer so brav moralisch ist. Also, am Anfang fand ich sie ziemlich cool, denn es hat der Serie gut getan, dass sie gestorben ist. Aber ich war natürlich sehr traurig. Und Regie, ich habe nur in der letzten Staffel, habe ich mal irgendwie ein, zwei Folgen gemacht. Ja. Sonst nicht. Ja. Ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch auf der Welt, der den Schluss gut fand. Weil er war, er hatte dann nachher gar nichts mehr. Es wurde ihm alles genommen und er war ein Mann in der Einsamkeit. Wie fandest du das? Ich fand die letzte Staffel nicht so toll, weil ich auch die Geschichte mit der Frau irgendwie nicht so gut fand. Den Schluss fand ich gut. Und ich glaube ja, klar ist er dann einsam, aber manche Achtung geht es ja im Wächter darum, dass er ein Mensch wird. Dass er ist ja am Anfang, denkt er ist ein Monster und alles an ihm ist schlecht und er kann keine Gefühle haben. Und im Laufe der Serie wird er ja zum Menschen, er hat Gefühle und er kann was ändern und er ist ihm nicht ausgeliefert. Und das, finde ich, findet schon seinen Abschluss. Und das finde ich dann auch eine sehr bemerkenswerte Story für so eine Serie. Also das ist meine Interpretation. Ja, ich fand es auch sehr rund. Du machst ja auch Hörspiele. Zwei Fragen hätte ich noch, wenn das okay ist. Wie bitte? Das habe ich gar nicht verstanden. Zwei Fragen hätte ich noch, wenn das okay ist für dich. Du, ich habe Zeit, du kannst mir so viele Fragen stellen, wie du lustigst. Okay, ich habe jetzt noch zwei hier auf dem Zettel. Und zwar, du machst ja auch, bist ja auch im Hörspielbereich bist du ja auch aktiv. Unter anderem auch bei Bibi Blocksberg. Bist du auch so ein Hörspielkind, das unter der Decke damals immer heimlich die Hörspiele bis nachts gehört hat? Nicht bis nachts. Also ich bin natürlich aufgewachsen mit, ich bin mit Hörspielen aufgewachsen und mit Kappen vor allem noch. Also ich habe immer Platte gehört, aber als ich klein war, waren das dann noch eher so Märchen und Simbad, der Seefahrer, sowas habe ich gehört. Und dann, als ich angefangen habe, wie ich dann schon relativ früh war, in Hamburg und habe Hörspiele gemacht. Da habe ich dann auch angefangen, also ich habe erst die drei Fragen, vielleicht immer gelesen und das habe ich aber auch als Kind gehört, aber tagsüber so, wenn ich gemalt und gespielt habe. Aber jetzt, das ist nicht so geblieben bei mir. Also ich habe ganz viele Freunde, die abends zum Einschlafen sich so eine alten Hörspiele anhören. Das ist nicht meins. Also ich höre eher Hörbücher, mag ich da weiter. Ja. Ich werfe immer ungefragt meinen ultimativen Hörspieltipp ins Telefon. und zwar die selbstgesprochene Biografie von Gunther Gabriel. Das ist ein unglaubliches Teil und der erzählt auch, also der liest das jetzt nicht vor oder so, sondern er erzählt so echt frei Schnauze. Das ist total super, das kann ich dir nur empfehlen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch ein Typ, der eine Menge erlebt hat und das kann ich mir vorstellen, dass der das gut macht. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Der hat natürlich auch eine fantastische Stimme. Ja, super. Also wärmste Empfehlung. Okay. Wer einmal tief im Keller saß, heißt das. Okay. Oh ja, das hat er ja getan. Ja, das stimmt. Einige Male. Zum Schluss würde mich noch interessieren, was bei dir so für Zukunftsprojekte anliegen. Kannst du uns ein bisschen was darüber noch erzählen? Ach du, Zukunftsprojekte, also da beim Synchron, das ist alles so kurzfristig, da weit in die Zukunft zu denken. Also im Moment bin ich erst mal froh, dass wir alle wieder arbeiten. Ja. Und bin eher so ein bisschen, ne, denke ich so, okay, was passiert, wenn jetzt doch wieder einer krank wird oder wie geht das weiter? Oder alle wissen nicht so genau, ob es nochmal eine Lücke gibt, weil die in Amerika nicht gedreht haben. Ich bin ja jetzt nur in so ein paar Serien drin, wo ich weiß, dass das weitergeht und vielleicht ein paar Kinofilme, die kommen, aber das findet ja gerade gar nicht statt. Also jetzt im Moment, also ich gerade in Zeiten wie diesen besinnere ich mich darauf zurück, dass es sowas bringt, im Moment zu leben, weil alle Pläne, die man für die Zukunft macht, das kann eh alles ganz anders kommen. Ja. Also so geht es mir gerade eher. Ich mache gerade viele schöne Sachen und ich war auch bei ein paar Probesprechen, da darf man ja immer leider nicht drüber reden, soweit ich weiß. Okay. Und da könnten ein paar schöne Sachen klappen, da würde ich mich sehr drauf freuen und im Moment muss ich auch sagen, ich spreche irgendwie nur in tollen Sachen mit und bin auch froh. Also ich bin wirklich froh, ob der Streamingdienste, weil ich finde, es werden tolle neue Dinge produziert und es wird halt auch, finde ich, sehr viel Neues produziert, was nicht amerikanisch ist. Und ich merke, es macht mir schon Spaß. Neulich war ich in so einer tollen französischen Krimiserie drin und jetzt habe ich in so einer tollen englischen Krimiserie gesprochen. Mir macht das schon Spaß, also wenn da Menschen mitspielen, die aussehen wie normale Menschen und irgendwie auch ein bisschen anders spielen. Also ich finde, es gibt auch ganz viele tolle amerikanische Sachen, aber zwischendrin manchmal hat es sich so ein bisschen schon für mich abgenutzt. Ja. Okay. Ja, du, ich habe hier eigentlich gar nichts mehr auf dem Zettel. Das sind so die Sachen, die mich so interessiert haben, weil man weiß halt gar nicht so viel über dich und was versteckt da für ein Mensch dahinter und deswegen finde ich das immer ganz interessant. Ich möchte mich total herzlich bedanken für die Arbeit bisher, die uns nachhaltig erhalten bleibt. Die tollen Filmstunden, die du uns beschert hast und Serienstunden und ich möchte dir alles Gute wünschen und danke dir nochmal herzlich für dieses kleine Gespräch. Ja klar, gern geschehen. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Wie bist du denn jetzt aber auf mich gekommen? Eine gute Freundin von mir, die Lexi und ich, wir sind ganz große Synchronfans und bei mir ist es immer so, wenn ich mit meiner Frau vorm Fernseher hocke und dann kommt irgendwann immer mal wieder die Frage, wessen Stimme ist das jetzt nochmal? Und wenn es so eine prägnante oder schöne Stimme ist, zum Beispiel die von Nikolas Böll, die liebe ich total, die erkenne ich sofort und ich weiß alles, was der gesprochen hat. Und dann gucke ich immer in dieser Synchrondatei nach und dann schaue ich immer, wer hat das gesprochen und ach guck mal, ja und das hat der oder diejenige auch noch gesprochen und super, super, super und so. Und ja, dann, ich ticker dann einfach die Leute an und frage, ob die Lust haben, mit mir ein bisschen zu quatschen. Manchmal klappt es, meistens nicht, aber ich freue mich immer, wenn es dann klappt. Und bist du denn über Dexter auf mich gekommen oder was war sozusagen das, wo du gedacht hast, ah, das hat mir gut gefallen? Du, aber ad hoc komme ich da jetzt gar nicht drauf. Also ich hatte letztens nochmal Watchmen geguckt. Ah, ja, das fand ich fantastisch. Den liebe ich ja auch total, ich habe ja diese super, mega, ultra XXL-Fassung mit diesem Comic noch in dem Comic sozusagen, also den liebe ich total, den Film. Das ist auch meine Ausnahme von Superheldenfilmen, aber den fand ich auch richtig geil. Ja, so differente Charaktere einfach, wo nicht immer alles fluppt und wo nicht immer alles toll ist und die auch Schattenseiten haben, sowas finde ich cool. Das fand ich auch bei den Nolan-Batmans, fand ich das auch gut, wo man auch vieles mal hinterfragen konnte, auch den Charakter mal hinterfragen konnte oder die Charaktere sich in Selbstzweifeln dann auch nochmal wiederfinden zum Teil. Sowas finde ich immer sehr spannend einfach. Ja, und deswegen, also ich bin einfach ein riesen Synchron-Fan. Und wir wollen vielleicht demnächst auch mal was machen mit dem Hans-Georg Panczak, den dürfen wir, wenn alles klappt, dürfen wir den mal besuchen kommen demnächst und da wollen wir so eine kleine Doku mal mit dem zusammen machen. Wir wollen den mal für den Tag begleiten. Ach toll. Du, und ich muss dir auch mal sagen, also ich kann mich als Sprecherin auch nur bei dir und auch bei vielen anderen Fans bedanken, weil ich habe ja manchmal das Gefühl, weil du so die Auftraggeber, die denken immer, ach Synchron, das ist doch Quatsch, das braucht kein Mensch. Und also jetzt gerade auch über das Internet und so, natürlich kriegt man auch viel mehr Informationen. Das ist toll, dass es so viele Leute gibt, die sich dafür interessieren. Es ist toll, dass es so viele Leute gibt, die auch Sachen darüber schreiben im Internet. Also zum Beispiel die Umstellung der GVL wäre für mich überhaupt gar nicht möglich gewesen, einzutragen, was ich alles in meinem Leben gemacht habe, wenn es nicht die Synchron-Kartei gäbe. Und ihr macht das natürlich auch bekannter dadurch, diese Branche. Und das ist ganz fantastisch, ehrlich gesagt. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe auf der, ich habe auf so einer Homepage, das ist alles Hobby, weißt du. Ich habe letztens auch mit zwei Kumpels ein Buch rausgegeben. Da habe ich auch ein paar Leute interviewt und die haben dann erzählt über Angst. Also Leute, die aus dem Horrorkino, die Horrorfilme gedreht haben oder Maskenbildner oder so, was erzeugt Angst? Oder was macht dir selber Angst? Warum guckst du dir das an oder warum fabrizierst du diese Scheußlichkeiten? Das war auch ein super tolles Projekt, aber es ist halt alles Hobby. Und ich habe auf der Homepage habe ich auch Synchronporträts. Ich schicke dir sowieso, den fertigen Link schicke ich dir sowieso zu, dass du das und auch mal den Link zu der Homepage. Das habe ich schon, ich habe das schon geguckt und ich habe auch schon das Buch gesehen. Das fand ich nämlich ganz spannend. Ja, es hat unheimlich Spaß gemacht. Es war halt nur eine Sauarbeit, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Magst du vielleicht eines dieser Bücher haben? Darf ich dir eines kredenzen? Du, sehr gerne. Also weil das interessiert mich, weil ich habe selber so viel Angst vor immer beim Sprechen von Horrorfilmen gehabt. Das habe ich dann irgendwann abgelegt und jetzt liebe ich das ja und finde es aber auch spannend, mich damit zu beschäftigen. Du, sehr gerne. Ja, gut. Sehr gerne. Ich werde es lesen. Gut, dann schreiben wir die Tage nochmal. Dann kannst du mir deine Adresse geben oder mir sagen, wo ich es hinschicken soll. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte dir jetzt mal eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich weiß nicht, ob du das privat hältst oder nicht. Kannst du es dir überlegen, wie du magst. Auf jeden Fall schicke ich dir gerne das Buch. Ja, also gerne. Ich kann dir auch meine Adresse schicken. Mein Facebook ist eher gesagt, ehrlich, ich bin so wenig auf Facebook, da habe ich irgendwie Privatfreunde und ich bin in so einem Synchronforum drin, wo ich Infos kriege, aber jetzt noch viel weiter ausweiten tue ich das nicht. Und ehrlich gesagt, hast du auch nicht viel davon, mit mir befreundet zu sein, weil ich ungefähr nie was poste. Also das ist total unspannend mit mir, auf Facebook befreundet zu sein. Doch, doch, dann kann ich ja stolz sein, kann ich sagen, ich bin mit Uschi Hugo befreundet und ich liebe ihre Stimme. Du, also kann ich jetzt auch machen, wenn dir das wichtig ist, aber so. Nein, wie du das magst. Wir bleiben in Kontakt, ich schicke dir den Link, du schickst mir die Adresse und ich sage nochmal ganz artig vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, prima, dass das so geklappt hat. Sehr gut. Ja, danke dir. Bis die Tage, ne? Schönen Tag. Mach's gut, dir auch. Tschüss. Tschüss.